Auf jeden Fall, auf jeden Fall, super, freut euch, schönen Tag. Auf jede Toilette passt ein Deckel, das passt bei euch. Als wir reingelaufen sind, waren wir natürlich sehr nervös. Im Kopf war ein bisschen Feuerwerk. Und ich wollte eigentlich meinen Text schön durchgehen. Irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich Gas. Egal, lasta la vista, ich muss da durch. Und hat geklappt. Ich bin richtig glücklich, dass wir den Ralf für uns gewinnen durften. Ich muss erst mal sagen, dass ich es sehr, sehr sympathisch finde, wenn Leute sehr nervös sind. Weil ich finde es nicht selbstverständlich, man geht ins Fernsehen, traut sich mit seiner Idee hin, weiß nicht, was passiert, wie viel Kritik kommt, was kommt auf mich zu. Und ich habe vor jedem Respekt, der durch diese Tür und durch den Käfig geht. Für mich ist es ein mega geiles Produkt, weil wir haben, ich weiß was von den, ich weiß gar nicht, wie heißen die Teile? Ich habe sie auch zu Hause. Einwegreiniger. Also die, die immer weggeschmissen werden, die nicht nachhaltig sind. Und da gibt es hier die perfekte Lösung. Und ich finde auch, dass die Hygiene und das Bakterienfreie auch im Spülkasten anfangen sollte. Und durchgehen sollte. Und deswegen ist es ein Problemlöser. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass das mein Steckenpferd ist. Und ich bin froh, dass die beiden da sind. Und ich bin froh, dass ich den Deal habe. Also rundherum glücklich. Dass wir jetzt einen Deal gekriegt haben, war unser Traum. Hat geklappt. Alles Bestens. Sag einfach, dass du auch happy bist. Ich bin happy, glücklich ohne Ende. Alle drei glücklich. Absolut. Wir rocken das. Auf jeden Fall. Dr.